Hallo bei der Schreberkarte. Heute ist Pfingst Monda 2022. Da sind die Kartoffeln, ein paar schon ausgemacht und schon gefressen. Das sind die Zwiebeln, also warme Zwiebeln, sind auch schon ein paar gefressen. Das sind die Tomaten, die wachsen und gedeihen. Du siehst die Tomaten schon. Ja, ein paar sind schon draus. Hier haben wir die Rosen. Da sind noch die Bohnen. Da sind die Erbsen. Ein paar Erbsen, ein paar Bohnen. Da sind die Kürbisse. Die kommen erst später. Da ist der Knoblauch. Der kommt auch gut. Dahin kommen die Gurke schon. Dahin ist noch eine andere Kartoffel. Kleine Brünsche da. Da sind Süsskartoffeln dahinter. Ja. Schöner blauer Himmel haben wir heute. Ja. So geht es ab bei der Schwabe. Rotter Rosen. Rotter Rosen. Rotter Rosen. Rotter Dippa. Rotter Wein. Rotter Rosen. 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 Da sind die Sauerkersche, die war schon rot, alles klar, dann mal wieder Pistital, gell? Tschau, tschau.